Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Donkey Kong Country. Die letzte Folge lief ja doch besser als erwartet. Genau, wir sind ja da unten bei dem zweiten Kopf gestartet, beziehungsweise beim dritten. Ja, das lief doch relativ gut. Heute, selbstgestrickte Brücken, da machen wir mal weiter. Oh nein. Oh, nicht schon wieder so ein Baumhaus-Level. Hüße! Oh, 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 Moment, was habe ich da gesehen? Gut, danke, da unten. Hi, hi, hi. Okay. Äh, tsch. Ah, ich muss in die Steuerung wieder reinkommen, verdammt. Moment. Kann ich da unten wieder hin? Wie weit wurde ich denn bitte nach vorne geschleudert? Ach so, okay. Ich wollte schon sagen. Das wäre sonst ein bisschen zu weit, ne? Oh, nun weiß ich, sollte ich gleich nochmal abkratzen, dann kann ich da unten nochmal hin und versuchen, das nochmal zu holen. Ah, mein Gamepad. Was ist damit los? So, geht das? Er rennt manchmal. Hier. Oh, ich glaube, ich darf mir bald einen neuen Gamepad holen. Steuert manchmal einfach, ohne dass ich überhaupt drücke. Oder ich nehme einfach die Richtungstasten. Moment, da bitte abstellen. Äh, pfff. Schön. 55 Leben, okay. Ich hätte gedacht, wir hätten viel weniger. Gut, aber dann kann ich jetzt da unten hin. Da sieht man das fast wieder. Mal. Sehr schön. Und dann kann ich hoffentlich hier jetzt auch mal ein paar Bananen sammeln. Ja, sehr schön. Ja, doch. Habe ich die? Ja, da. Okay. Ich wollte sagen, habe ich jetzt immer oben links die eine übersehen. Oh, der Frosch. Wir kriegen das Fröschlein. Winky. Ich finde es aber so schade, dass bei Teil 3, wow, dass bei Teil 3 die Tiere so wenig so vertreten waren. Der Frosch wurde ja komplett rausgenommen. Ich glaube, im zweiten Teil gibt es den noch. Aber, ja, das Rhino gibt es auch nicht mehr. Dafür dann eben den Elefanten in Teil 3. Ellie. Shit. Ja, ich hole mir lieber Didi nochmal. So. So, dann aufpassen. Jetzt. Ah, man kann ja stimmt auch klein springen. Richtig. Oh, Checkpoint. Moment, ich habe... Achso, okay, da ist das O. Zack. Ne, nochmal. Ne, nochmal. Jetzt. Okay, hier oben sind Bananen. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Ja, sprach's. Egal. Da ist der Kremling. Okay, da oben ist schon das N. Dann dürften wir hoffen... Pfft. Haha. Super. Hoffentlich gleich durch sein mit dem Level, würde ich sagen. Häh. Haha. Nein, warum? Ach, egal. Was soll's. Ich habe gerade viel zu gute Laune, als dass ich mich darüber jetzt aufregen wollen würde. So, hier oben die Bananen. Moment, war nicht links irgendwo noch ein Fass, wo ich den Donkey Kong wieder bekomme? Ach, komm schon. Mann. Mann, ich traue mich immer nicht ganz. Jetzt. Ja, genau. Hier bin ich eben krepiert. War hier drüben nicht irgendwie noch ein Fass? Ich muss mal eben kurz gucken. Äh, da links. Okay. Hopp. Da oben komme ich, glaube ich, nicht hin. Ich weiß es gerade nicht. Egal. Hier oben hätte man aber auch noch super ein richtiges Geheimnis verstecken können. So, ich warte mal lieber. Sehr schön. Gut. Oh nein. Nein. Ah. Schande. Aber da haben wir Donkey Kong dann gleich wieder. Okay. Äh. Auge. Ah, wenn in den Augenwinkeln so dieser Rest Schlafsand noch drin ist. Und das dann so trocknet. Oder so trocken ist dann... Ist ganz schön unangenehm. So, zwei Bananen noch. Dann kriege ich wieder ein Leben. Zack. Und da sind sie. Gut. Dann warte ich mal wieder. Aber ich finde es gut, dass die Buchstaben dann... Zum Großteil dann auch da bleiben. Jetzt. Und zack. Oh Gott. Das wird ja immer schlimmer. So. Und jetzt. Ja, ja. Ist ja gut. Ich gehe schon weiter. Hey. De... De... Yeah. Das wird schwer. Höh. Höh. Ach, egal. Ich lasse es einfach. Okay. Okay. Und durch. Oh, danke. Ja, haha. Okay. Amadello. Komm. Komm runter. Sehr schön. Wie man dann auch so zusammen zuckt und dann... Oh, geschafft. Exit. Oh, nicht alles. Schade. Aber egal. Puh. Really naughty's Raserei. Diesmal ist er in Rot so ein bisschen. Höh. Autsch. Shit. Da lacht er mich aus. Hopp. Hopp. Ah, okay. Jetzt macht er immer so zwei große Sprünge. Jetzt macht er drei. Zwei. Drei. Okay. Oh, und dann springt er sehr weit. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Hopp. Ja, ich habe ihn. Haha. First try. Naja, gut. Ich habe dir die verloren. Aber egal. Gibt es auch No-Hit-Run hier von Donkey Kong? Oh, das wäre schlimm. So, Krimskrams GmbH. Kommt er nicht danach noch eine Welt? Ich weiß es gerade nicht. Naja, Ölfassboulevard. Oh, ja, richtig D-Level. Ah, was soll's. Nochmal. Aber ich dachte, ich könnte mit dem Sprung den kleinen süßen Naughty noch einmal platt machen. Aber nö, anscheinend nicht. Ist hier was drunter? Keine Ahnung. Da unten ist was? Sag mal. Also. Werd, 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 werd. Das geht doch nicht. Wie soll ich denn an dem... Ja, gut. Ich kann ja... Ich kann zwar nicht da rauf, aber... Ah. Da oben ist anscheinend nichts. Ach, da oben ist ne Liane. Äh, ein Seil, meine ich. Hallo? Äh, was war das denn jetzt? Ne, ich glaub, wenn ich das berühre... Ja. Ich dachte, ich könnte mich da irgendwie noch zwischenmogeln, weil das Fass an sich kann ich ja berühren, aber halt das Feuer nicht. Okay. War immerhin ein Versuch wert. Aber wo soll ich denn mit dem Seil hin? Ich kann nicht weiter hoch, ich kann nicht runter. Wozu ist denn das Seil hier? Äh, ich hab den Bug entdeckt. Zitter, zitter. Aber wozu ist denn das hier? Ah, okay. Ähm, jetzt die Frage, wohin damit? Hier nicht. Oh, Moment. Ah, haha, sehr schön. Und was Sie mich raten, hier bekomme ich auch das K da oben. Ne, ein Leben. Aber auch super. So. Hopp. Ah, immerhin eine. Jetzt. Sehr schön. Und die letzten zwei. Los. Hopp. Hihi, auch noch bekommen. Schön. Äh, nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Gut, dass das die ist. Hau ab. So, da oben ist das K. Da unten ist bestimmt nichts, deswegen lasse ich das einfach. Naughty. Ah, man ist naughty. Noch ein naughty. Und noch ein naughty. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es hier etwas gibt. Ah, hier diese... Die Plattform hier. Ne. Zumindest nicht so. Ich hätte, glaube ich, von da oben links ausspringen müssen. Naja, was soll's. Vielleicht krepiere ich ja gleich nochmal und dann... Nein, vorab. Ah, shit. Na, egal. Oh, ein Reifen. Zwei. Oh. Das war sehr knapp. Was könnte ich jetzt mit dem Reifen machen? Da oben die Bananen könnte ich auf jeden Fall holen. So. Was könnte ich noch damit machen? Hier oben ist, glaube ich, nichts weiter. Außer die Bananen. Äh, das ist jetzt doof. Oder ist das... Ist der Reifen einfach... Ah, da oben das O. Okay. Dann ist der Reifen doch dafür gedacht, dass wir den mitnehmen bis hierher. Sonst hätte ich gesagt, das ist vielleicht um die Viecher hier, die Kremlings, zu umgehen. Leichter besiegen zu können. Wollen wir mal gucken. Und vielleicht können wir den doch noch irgendwie weiter gebrauchen. Oh ja, jetzt kommt ja dieser Abschnitt hier. Ich glaube, da müsste ich auf das Fass für rauf und dann bin ich hoch genug. Ja. Oh, okay. Na, ich nehme es mal mit. Hö. Okay. Abstellen. Und... Peng. Weg mit dir. Ich bin auch froh, dass die Charaktere auch... Auch wenn sie ein Fass in der Hand haben, trotzdem noch genauso schnell sind. Ah, Moment. Da oben kommt noch einer. Durch. Nein! Ah, verdammt. Hö. Ja, sehr schön. Okay, hier ist anscheinend mal was gewesen, aber... Hm. Das sieht so aus, als wäre schon jemand hier gewesen. Ah, vielleicht hätte ich hier reingekonnt. Na, schade. So, und jetzt. Hö. Nein. Ah, verdammt. Und so. Sehr gut. Erst mal... Hä? Wieso ist der wieder da? Ich habe den doch eben gerade platt gemacht. Was ist das denn für ein Mist? Na, egal. Oh ja, das ist okay. Da brauche ich nur rechtzeitig schießen. Ja, schön. Und ich habe das N nicht mitbekommen. Egal. Hopp. Halt. So, das Feuer. Ja, ich hole den mal lieber raus. Ist besser. Genau wegen... So was. Dann kann ich jetzt das N vielleicht nochmal holen. Hatte ich das K eigentlich schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, von hier wieder. Oh je. So, das ist dieses Fass, genau. Hm. Oh, hier stimmt. Ah, shit. Dann mache ich die beiden erst mal platt. So. Und dann kann ich da unten versuchen, nochmal das N zu holen. So. Na, war ich halt doch ein bisschen zu hektisch eben. Ah, doch, das K habe ich. Gut. So, jetzt muss ich gut warten. Und jetzt. Äh, pff. Aber ich finde das irgendwie lustig, dass das so Ballons sind, die leben. Und wenn dann eben ein Leben verloren geht, dass dann... Ähm, was war das denn? Dass dann halt der Ballon einfach platzt. Ist eine echt coole Idee eigentlich. So, da kommt jetzt der wieder. Ah, sehr schön. Au, verdammt. Ja, ist klar. Weil Didi eben nicht mehr da war. Ähm, ja. Weil das Fass nicht mehr da war. Und Didi noch im Sterbemodus war. Hm. Pam. So, hier. Ist aber nur ein normales Fass, ne? Ja. Okay. Und rauf. Nein. Ah, was soll's. Ah, da ist Didi. Sehr schön. So, ich glaube hier war das. Jetzt. Gut. Ich sag's also, die ganzen verschiedenen Settings und Welten. Ich finde das richtig gut. Oh, wie schnell wirft der bitte den Stern. Dankeschön. Oh. Hier links könnte noch was sein. Ähm. Ah, okay. Die haben Bewegungsmuster diesmal. Naja, ist nicht so schlimm. Ähm. Da man das jetzt weiß, kann man das hoffentlich irgendwie umgehen. So. Gut. Einfach durch. Und. Cool. Hihi. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Da gibt's zwar nicht so viele Bananen, aber wie man sieht, dann hat man immerhin noch mein Leben dazu bekommen. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Aber das lasse ich ruhig. So. Das bleibt die ganze Zeit dann unten. Ja, ja. Reg dich ab. Äh. Bitte. So, hier war das auch noch. So. Okay. Nein. Ah, shit. Schon wieder. Das bleibt unten. Ja. Ja. Ach, Affe. Was ein affiges Verhalten, ne? Eins, zwei, drei. Und rüber. Hihi. Sehr schön. Und jetzt. Oh, meine Güte. Jetzt. Jetzt. Oh, gut. Müsste ich jetzt, glaube ich, auf das hier rauf. Und dann kann ich da unten die Platte zerstören. Ah, und das G. Sehr schön. Und Exit. Yeah, super. Ach, schön. Trick, track, track. Okay. Oh nein. Loren, richtig? Nicht. Okay. Oh, schlimmer. Bewegende Plattform. Ja, stimmt. Was mir auch gestern aufgefallen ist, ich hatte mir ein Video angeguckt über den, ähm... Äh! Wie nennt sich das? Den Donkey Kong... Naja. Die Animationsserie. Und mir ist dann aufgefallen, die Stimme von, naja, King K. Rool heißt er in den Spielen und King Kroko, halt in der Serie. Die Stimme! Das ist der Herr Paschulke von Peter Lustig. Von hier halt Löwenzahn. Autsch. Das ist mir sonst nie aufgefallen. Ich hab die Serie damals nicht wirklich geguckt, aber... Und das O. Sehr schön. Aber ich find das irgendwie interessant. Ist halt ne sehr gute Synchronstimme, find ich. Wirklich großartig. Aber mir ist das halt nicht aufgefallen. Ah, Mist. Ich wollt grade springen. Naja. Gut, dann nochmal. So. Genau. Und die deutsche Synchronstimme von Jack Black, das war sogar halt für Donkey Kong die Stimme. Find ich auch interessant. Ai! Ist immer ein bisschen knapp, aber es geht noch. Huiuiui. Hier wieder rechts bleiben auf der Plattform. Und jetzt so, genau. Ah, die Geier hier, die gehen ja noch. Aber halt die kleinen Neckis sind so ätzend. Huiui. Es stimmt, gleich kommen ja nochmal welche und dann... Ja, super. Nee, ich meinte eigentlich die, die gleich kommen. Nee, der nicht. Auch nicht den Necki. Necken. Necki hier. Ah, was soll's. Genau, ich glaub... Ja, genau, von Shimtex war das Video. Der macht auch wirklich interessante Videos, bin ich der Meinung. So. Gut. Und jetzt. Also, wenn man bis zum Checkpoint ist, dann zählt das soweit mit den Buchstaben, aber nicht davor. Ich find das irgendwie manchmal auch bekloppt. So ungefähr mal hüt, mal hot und dann irgendwie doch so... Wie die es halt wollen. Nein. Oh. Oh, dankeschön. Ah, ich bin auch gesprungen. Verdammt. So, auf den Necki. Hier. Den in der Mitte braucht man gar nicht erst platt machen, den Geier. Oh, springen. Oh, ich hoffe, dass da gleich ein Checkpoint kommt. Huiuiui. Okay, das war gut. Ha. Okay. Äh, wie soll man da hinkommen? Und mir ist die Plattform noch da? Ah, ich möchte es aber nicht riskieren. Ne. Mm-mm. Na, die. Moment. Ah, shit. Nein! Checkpoint! Oh. Hohohoho. Gerade so noch erwischt. Und die Plattform ist natürlich weg. So ein Mist. Ähm. Hallo? Nein. Nein. So ein Mist aber auch. Ich komm jetzt hier nicht runter, ne? Ja, die Plattform ist weg. Naja, was soll's. Ist ja nicht ganz so schlimm. So, Checkpoint. Vielleicht hätte ich auch von der Plattform aus eben darüber gekonnt. Huh. Da kommt der Naughty. Und der Nächste. Und jetzt fängt der Nachbar an zu bohren. Ah, das hört man nicht gut. Oder ich hoffe es. Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr gehört. Und immer noch. Und da. Nein. Hüte. Mist. Schade. Oh nein. Oh. Gut. Nein. So ein Mist. Böser Mäcki. Ich schmeiß da einfach Kokosnüsse. Ah ne. Er spuckt sie ja. Richtig. Ähm. Okay. Jetzt. Sehr gut. Koko. Hüte. Nein. Ah. Ich hätte mich ducken müssen. Na, verdammt. Ah. Ah. Ne. Okay. Obwohl eigentlich das da sein müsste, das Fass. Kann ich auch? Ne. Okay. Das bringt nichts. Die Plattform wäre dann sowieso weg. Das ist ein Mist. Mist. Wie soll man denn sonst da raufkommen? Äh. Quatsch. Da hinkommen wir eigentlich. So. Necki. Sehr schön. Einfach sie runterlaufen lassen. Ja. Ja. Hier über die Biene. Die Hornüsse hinweg. Hier über den Necki hinweg. Mist. Und auf den da komme ich immer nicht richtig rauf dann. So. Sehr schön. Den brauche ich nur rennen lassen. Sehr schön. Gut. Das G hatte ich ja auch schon. Dann brauche ich das nicht nochmal einsammeln. Brauche ich mich nur ducken. Krokis. Ich höre sie doch. Ne. Okay. Oh da oben kommt einer. Ja das ist eigentlich super simpel. Man braucht nur warten bis die halt weg sind. Oh das war mies. Das war richtig übel mies. Na ja was soll's. Oh geschafft. Ja ich weiß ja dass ich nicht alles hab. Oh. Fahrstuhl spiele. Oh nein. Ich versuche den Level noch. Und dann würde ich die Folge beenden. Je nachdem. Ob ich es nun geschafft hab oder nicht. Ui. Okay. Cool. Gleich mal das. K abgegriffen. Ja dann kommen wahrscheinlich jetzt noch mehr Neckis hier dazu. Oh. Nein. Ah sein Mist. Aber ich bin überhaupt froh dass ich jetzt so weit hier gekommen bin in dem Spiel. Moment da links war auch noch ein Seil. Hab ich eben richtig gesehen ne. Ja da. Okay. Ne so komm ich da nicht ran. Na aber vielleicht wenn ich von hier aus abspringe. Ne. Anscheinend nicht. Ah. Oh das ist knapp. Das ist richtig übel knapp. Ah. Hört sich der. Ah. Er hat sich eben festgehalten. Ganz kurz. Jetzt. Haha. Sehr schön. Ah okay. K. O. Nach dem O kommt das N. Jetzt. Ja ich hab's mal geschafft. Sehr schön. Mal ein extra Leben dazu. Super. So. Und dann komm ich hier wieder raus. Okay. Ich wusste es. Ah. Necki. Ja aber dann lass ich da oben das Seil einfach sein. Da ich das ja immer so schwer nur hinbekomme mit dem Abpassen. So. Und jetzt. Böser Necki. Sehr schön. Hä. Oh ich höre ihn. Ich höre ihn da oben. Da. Okay. Geht's hier noch weiter? Ne. Oh sehr schön. Ein Lebenspunkt mehr. Kann man ja wirklich so sehen. Hä. Hier runter anscheinend. Ja. Oh ich finde die Höhlenmusik aber auch echt cool. Ist wirklich stimmig. Schande. Okay. Da unten glaube ich. So. Sehr schön. Huhuhu. Okay. Das war nur für Didi. Oh. Oh. Das ist mies. An die Stelle kann ich mich ja gar nicht erinnern. Und Mist. So. Noch mehr Schlangen. Einmal ganz schnell hier durch. Und auf den Necki drauf. Oh. Checkpoint. Oh. Dankeschön. Der muss ich jetzt sehen. Der will auch beenden. Huh. Huh. Okay. Okay. Huh. Darüber. Okay. Da ist noch ein Fass. Oh. Wahrscheinlich damit ich die hier abwehren kann. Unter anderem. Ah. Und vielleicht hätte ich auch hier machen können. Naja. Wer weiß. Wer weiß. Äh. Hallo. Plattform. Sehr schön. Huh. Zumal. Huh. Nein. 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 Shit. Dann muss ich jetzt den Level beenden, weil ich schon den Checkpoint habe. Ich weiß. Ich könnte auch jetzt einfach so abspeichern und sagen, äh, den nicht. Ne? Und das war doof. Oh. Da unten ist das N. Da ist das N. Was zum Kuckuck. Oh. Und warum? Okay. Ich habe das O übersehen. Naja. Egal. Oh. Und der Nachbar ist immer noch an bohren. Oder schon wieder. Aber diesmal ist es nicht ganz so laut, zum Glück. So. Dann möchte ich bitte... Ich wollte das Fass mitnehmen. Au. Und das war blöd. Es ist Samstag. Ach. Naja. Na gut. Da hat der Herr anscheinend Zeit über uns. Naja. Was soll's? Mist. Ah ja. Stimmt. Das N. Brauche ich ja gar nicht mitnehmen. Egal. Nur ist zu spät. Du fällst jetzt runter. Hopp. Ich möchte bitte das Fass... Ah. Halten. Mano. Ich wollte hier hin. Ho. Ui. Oh. Dankeschön. Hopp. Hier. Und rüber. Puh. Ich weiß, warum... Ah. Habe ich denn jetzt nicht gewechselt. Aber ich bin halt doof. Da ist das G. Da ist ein Necki. Ein böser Necki. Ein ganz böser. Oh. Okay. So. Da kommt gleich dann die Plattform. sehr gut. Sehr gut. Da ist nichts weiter. Außer ein Necki. Ein böser. Ja, toll. Nein. Shit. Oh, ich glaube, ich wäre fast beim Ausgang gewesen. So. Ja, stimmt. Ich habe auch schon überlegt, dass... Samstag, Sonntag einfach keine Videos kommen. Weil da habe ich schon festgestellt, da werden die nicht so gut angeguckt, muss ich so sagen. Und naja, no. Dann eben halt nur Montag bis Freitag Videos. Ich bin enttäuscht, Spiel. Das wäre so ein gutes Versteck gewesen. So schwer zu erreichen. So, komm her. Okay. Ist okay. Und dann habe ich quasi halt auch ein ruhigeres, eine ruhigere Woche. Dann kann ich Samstag, Sonntag eben einfach mal aufnehmen und brauche mich nicht in dem Sinne hetzen, dass dann eben die Folgen rauskommen. So, hier rüber. Gut. Diesmal habe ich immerhin Didi dabei. So. Blöder Penner. So. Ich sag's ja, kurz vom Ziel. Gut, dann gehen wir jetzt einmal runter zu Candys Speicher. Speichern ab. Wie weit sind wir? Wie wär's mit einem Dreh am Speicherfass? Na klar doch. 59 Prozent. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon dieses über 100 Prozent gibt, aber naja, wir werden sehen. RayaWaya ist denn in der nächsten Folge unser erstes Level. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zu Twitter und Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Donkey Kong Country wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.